rein in die olga jetzt gibt es auf die schnutze von der futze war nie so mein fach in der schule nur das eine thema ja nur das eine wo sie dann alle gesagt haben sie haben gefehlt trotzdem aber aber mehr in der praxis als in der theorie soll vorkommen für gute noten also mal so meine englischlehrerin und meine deutschlehrerin damals waren relativ ab also die die wir dann später hatten die waren ziemlich attraktiv die war noch die war noch nicht so alt ja wir hatten referendarin dass sie sind da beide nicht schlecht aus die hast du referiert meinst du nein das nicht oh zehn sekunden bis zum schleifsatz weiter na ja ach Amelia oh losballer was ist das 2 habe ich ich bin drin kommt rein kommt rein kommt rein scheiße ich habe sie nicht gesehen wer es hart will der kriegt es hart haben den hoppel und den gauss gott der tiefkirche pizza war gestern jetzt gibt es die pizza wer für den furzenden frosch war eine letzte runde 10 sekunden bis zum einsatz noch 5 sekunden weiter zum biogefahrgutbehälter und diesen sicher 1 1 1 Ich schlaue nach. ach man Du hast wohl einen Peggen, Skatron. Wo bist du, bist du, Skat? Pass auf, da hinten hinten ist der Dropper aus. Ja, da hinten ist noch hinten. Oh Gott, das war echt ein Safe-Kill. Der war beim Brücken zu mir. Sicherung des Raumes einstellen. Scheiße. Der liegt, ich weiß. Der ruft richtig nicht. Jetzt. Der Wege war nicht perfekt. Ja. Ja, okay. Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich hatte gehofft, dass er auf der anderen Seite sitzt. Ja, Schrotflinte. Ja, den 1 hätte ich vorher haben müssen. Der saß beim Brücken zu mir, ich treffe sie nicht. Sie ist am Bluten, wegen dem Rekruten. Löwen zu den Flüten, der ist nicht erinnert. Man hat einen Rekruten, der im Flüten. Nein. Das ist im Flüten, also nicht der Flüten. Hör auf der anderen Seite rum. Wie ist mir ein Hör auf der anderen Seite? Bereits zum Eliminieren der Hände. Nur noch 5 Sekunden. Volltreffer, hab eine Drohne für uns. Drinnen gefangen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Nächster Magazine ist bereit. Werfen wir nicht. Ich wechsle das Magazin. Kommt der von oben? Ja. Fused, direkt drüber. Oh, er hat mich. 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 Infused. Die Gegner sichern den Behälter. Da hinten in der Ecke sitzt er. Wir haben es beide geholt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter sofort eingreifen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Gegner haben den Behälter gesichert. Missions des eigenes... Fussbar. Hm. ... 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